Hallo FreakyArmy, willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch eine IP-Überwachungskamera vor. Diese Kamera wird direkt heute Abend im Stream verlost. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Gewinnen könnt ihr nur, wenn ihr mir auf Twitch folgt. Legen wir los. Schauen wir uns als erstes mal die Verpackung an. Sieht wirklich nicht schlecht aus. Auf der Seite können wir sehen, dass die Kamera über App steuerbar ist und dass sie über WLAN verfügt. Eine wichtige Funktion, die diese Kamera hat, ist die Nachtsichtfunktion und die Zwei-Weg-Audio-Funktion. Damit können wir nicht nur sehen, was passiert, wir können es auch hören. Eine weitere Funktion ist der Weitwinkel. Übrigens, die Kamera kann Bilder und Videos in 720p aufnehmen. Das finde ich in Ordnung für diese Preisleistung, denn sie kostet nur knapp 30 Euro. Packen wir sie gleich mal aus. Zu der Verpackung kann man sagen, dass sie sehr schlicht gehalten ist. Sie besteht aus einfachem Karton. Als erstes sehen wir eine Anleitung. Die Anleitung ist nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Deutsch. Schauen wir uns den Rest mal an. Als nächstes können wir uns das Ladekabel ansehen. Was mich wirklich überrascht hat, ist die Länge des Kabels. Sie ist nicht wie bei den meisten Smartphones heutzutage nur einen Meter lang, sondern knapp 1,50 Meter. Dann haben wir ein Klebepad dabei, für die Wandmontage. Oder um sie irgendwo festzukleben. Und dann noch das Ladegerät, das jeder von uns schon kennt. Machen wir weiter mit der Kamera. Sie hat einen Standfuß mit Gummis. Obwohl sie so klein ist, steht sie doch ganz schön stabil da. Sie kippt nicht sofort um. Auf der Rückseite haben wir einen Reset-Knopf. Und weiter unten ist der Stromanschluss. Auf der Seite haben wir einen Steckplatz für Micro-SD-Karten. Und auf der Vorderseite natürlich die Kamera. Und unten drunter das Mikrofon. Das war die WLAN-Kamera von Nui. Ich finde die Kamera nicht schlecht. Mit dieser Kamera kann man von unterwegs aus sein Haustier beobachten. Oder vom Wohnzimmer aus sein Baby sehen. Und hören. Wer die Kamera mal auschecken möchte, kann es in der Videobeschreibung machen. Freunde, wer diese Kamera gewinnen möchte, schaut einfach heute Abend in meinem Stream vorbei. Und lässt ein Follow da. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.